Sie von Raze als Let's Player und als Mensch. Leif ist eine sehr besondere Person an sich. Der ist irgendwie, weiß ich nicht, weil ich weiß, der Fall muss. Als Let's Player hat er sich auf jeden Fall extrem gesteigert. Ja, da ist er ja zu still, das habe ich ja schon mal gesagt. Sehr viel Fantasie und bringt auch immer sehr viel Freude mit Leif. Als Mensch und als Let's Player ist er genial auf seine eigene Weise. Und da war der Herst, dass wir kommen zu Let's Player. Ach du Scheiße. Rocket League? Richtig. Rocket Jaguar mit dem Raze. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Richtig. Oh, es leckt gerade. Egelig. Hä? Ich bin explodiert, aber ich hab mich totgeschossen. Ich sehe nichts. Es leckt zu sehr. Tatsächlich gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht, woher das liegt. Ich fragte, wie du geht's. Nein. Ach man. Ach ich kriege gerade gar nichts hin. Gar nichts. Geil. 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 Komm schon. Ich hab mir geschworen, nie wieder Rumble zu spielen, weil, ähm, der Spiel kommt bei Rumble hat einfach nichts zur Geltung. Egal wie gut du bist, du bist immer irgendwie die Leitung ist ein billiges Dreckseitem. Hm, weil die Items einfach alles zerstören können. Ja. Kann ich nicht einfach... Ja. Was, du Sack? Wie, wie, wie aktiviert man nochmal R, ne? Ich hab R gedrückt, der hat nix gemacht. Der Frech-Dachs. Ich hab keine Ahnung, ich muss noch ganz kurz über den Upload abbrechen. Oh Gott. Okay. Scheiße. Es geht weiter, es geht weiter. Ja, fuck. Ich versuche was zu reißen. Los, los, los. Ich muss nicht wieder da sein, warte. Ja, ist der Ballkontakt. Ich hab 10 Punkte. Steht. Mein Bild steht. Was war jetzt? Fuck. Abbrechen. Hallo? Mein Bild steht, ich bin eingefroren. Ich kann nichts machen. Du bewegst dich auch nicht. Ah, du bist raus. Oh, Alter, ernsthaft. Du wirst gekickt. Danke. Nee, gerne. Nee. Ja, warte, ich starte. Ich bin immer eben noch. Das war ja gerade irgendwie zu Bullshit. Ich spielte mal eben zu... Also, nimmst du noch auf? Ja, ich nehm noch auf. Wir machen mal kurz. Ich schau mal kurz. Das ist eine kleine Folge. Also, es ist gerade 1 zu 1. Huh, ich bin weggeflogen. Okay, okay. Nein, funktioniert nix mehr. Meine Güte. Erstmal, das ist ja richtig hart abschmiert. Ach, kacke. Wer ist jetzt der Handschuh gewesen, dann wäre das viel geiler. Hätte ich vielleicht auch ein Tor gemacht, aber nein. What the fuck? Das war jetzt geil. Das wäre jetzt richtig nice. Boah, das hätte zu sehen müssen. Das hätte zu sehen müssen. Erstmal, was verpasst du in deinem Leben? Alter. Alter, was verpasst du? Ja, toll. Okay, warte. Oh, f*** mich in den Arsch, Alter. Ach, jetzt gerade nicht. Ich muss gerade spielen, okay? Aber ich muss gerade fahren. Tut mir leid. Das ist komplett eingefroren. Ich kann nichts machen. Immer noch? Nee, also ich kann halt... Torsten, dann soll ich sie aufrufen, aber das Bild bleibt dann stehen. Oh, das leckt gerade bei mir schon wieder richtig eklavt hart. Alter, was passiert hier? Was macht er denn? So ein Vollidiot. Ja, ich habe ein Tor gemacht. Yes, nice. 130 Punkte direkt bekommen. Dann versucht er noch, den zu retten. Er hat aber einen Haken und ballert den fast selbst ins Tor. Okay, wir haben... Es steht gerade 3 zu 1. Okay, das war... Und schon ist das Tor. Ich schieße mein Tor. Erstes Tor und bumm raus, bitte. Jetzt. Oh, endlich. Du bist wahrscheinlich zu gut für die. Die denken sich, den können wir hier nicht haben. Der macht nur Tore. Ich habe ihn ja so schwierig geflückt. Wahrscheinlich hasst dich der ganze Server. Ja. Ich freue mich noch einen Assault einfach nicht ab. Ich brauche den WTF. Aber ich kann sowas von nicht fahren in dem Spiel. Normalerweise fahre ich echt gut, aber in dem Spiel... Nee, da geht das irgendwie nicht. Oh Gott, Patscher Gameplay spielt. Brokenly, ja, wuuuuh. Ich kenne das Spiel nicht. Wie heißt das? Der kleine Sack. Ich weiß es. Was ist denn gerade passiert? Ich habe es gerade mit Spikes verkackt. Jetzt kommentiere ich erstmal auch bei dir mit, oder wie sieht es aus? So, 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 wie geht es hier jetzt weiter? Alter, nice. Es steht schon 4 zu 1. Ich habe zwar nur einen... Und er meint so, wie geplant, wie geplant. Es geht los. Ah, erster Ballkontakt, bitte? Noch eine halbe Minute. Äh, warte mal kurz auf mich. Das lohnt sich. Es lohnt sich. Ja, dann sehe ich das Ganze bei dir. Nein! Ach man, es besteht... Es steht 4 zu 2. Das wollte ich damit sagen. Ist doch fast das gleiche, oder? Und es steht 4 zu 2. Ich dachte, du magst das. Du hast mir gesagt, du magst das. Aber nun, dass dein Arschloch ist und nicht der Mull. Ach so, entschuldige. Dass ich wieder deinen hohen Ansprüchen nicht gerecht werden konnte, du. Ja, ich halt schon, ne? Oha! Das war geil. Das war echt nice gerade. Ich habe jetzt auch die Räder bekommen. Wie nice. Oh Gott, das ist dieses richtig viel. Bei mir in der Aufnahme. Ja, dann läuft er weiter. Da habe ich noch vergessen. Alter, was ist das für eine Map? Wie geil. Ja, mit dem? Das ist richtig schwierig. Hast du das schon mal gesehen? Nö. Aber alter. Nein, nein, nein. Lass es nicht auf unsere Seite kommen. Sonst passiert genau das. Nein, es muss auch beim Gegner aufs Dingens kommen. Los. Ah, okay. Kannst du dich mal kurz vorstellen, wer du überhaupt bist in meinem Litzviel? Oh, ich bin der Räis. Geil, lala. Das ist echt schwierig. Dann kriegen wir den Boost, verstehst du das gar nicht? Aber wenn wir ihn nicht benutzen, der lädt sich quasi auf. Ja, der lädt sich tatsächlich auf. Wir müssen quasi durch den Boden durch. Also durch den... Ja, der klatscht zweimal auf dem Boden. Und wenn er dann drauf ist, dann... Boah, alter. Krass. Ich bin nur dabei, ja, Mann. Also wir müssen quasi den gesamten Boden auf der anderen Seite... Nicht den gesamten Boden. Nur einen Boden zweimal und dann den Ball dadurch. Oh, fuck it. Ich halte ihn hoch. Ah, ich hab dich verwirrt. Fuck, ich bin so schlecht. Ach, Mann, oh. Weg, ihr. Nein, er muss... Nein, er darf nicht... Weg damit. Weg mit dem Ball. Weg. Weg mit dem Ball. Siehst du, da fällt er dann durch. Ah, ja. Hast du es verstanden? Nee. Chance. Ich bleib mal auf der Seite im Kicken einfach mal da rüber. Ich glaub, das ist das beste, was ich da machen kann. Ja, 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 ja. Mach einfach. Mach einfach. Dass er auf den Boden kommt. Beim Gegner. Ja. Nice. Alter, ich wurde in den Asch gekriegt. Bisschen zu hart in meinem Geschmack. Geschmack? Aua! Ich weiß gar nicht, dass das schmeckt. Ja, das schmeckt gut, Alter. Wie heißt dieser Spielmodus? Hab ich vergessen. Geil, ne? Geiler Name. Ah, ja, der ist gut. Der wäre mir nicht eingefallen. Da wäre ich nie drauf gekommen als Entwickler. Hab ich vergessen, Alter. Was? Ich schweige mich. Also, ich liebe ihn. Ich hab, hab ich vergessen. Das ist so ein schöner Name. Ich libe mein Kind so nennen. Ja, ich auch. Hab ich verloren, hab ich vergessen, Alter. Ich war schwanger. Alter, ich wurde einfach zerstört. Fuck, ich werde rumgekickt. Ich liebe er. Nein, nein, nein. Er darf nicht, er darf nicht. Ah, er darf nicht ins Loch rein. Weg mit ihm. Alter, wie knapp das war. Nein, nein. Fuck. Jetzt ist unsere ganze Seite wieder zu. Ah. Krass. Das wäre gemein, wenn es so bliebe, ne? Das ist jetzt alles wieder zu. Was heißt, wir müssen da einfach nur durch hereinkriegen oder für irgendeine Tour eingeregen? Das ist der Ballkontakt. Hey, der ist einfach durch... Der hat mich einfach nur kaputt gefahren. Oh, fuck it. Ein paar Leute haben aber hier Aggressionsprobleme, ne? Da. Ach, der quasi... Ah, ah, ja, ja, okay. Hast du's? Ja. Hast du's kapiert? Ja. Nein. Das ist aber auch nicht. Nein, weg damit. Au. Alter. So, und jetzt... Lunt in den Boden rein. So, bitches. Alter, alter, alter. Hab irgendwas im Fristin, ich glaube nicht. Los, weg mit dem Ball. Auf den Boden. Du musst ihn auf den Boden hauen, dann kann er erst... Ah, weil er rot leuchtet. Okay. Ja, der muss blau so leuchten. Und dann liegt da rein. Scheiße, scheiße. Oh, der ist blau. Alles gut, alles gut. Ja, war meine Schuld. Alles gut. Scheiße, scheiße, scheiße. Rüber mit dem Teil. Rüber. Patscha. Ich hab ihn weggehauen. Alles gut. Jetzt. Bam. Alter. Ist ja mega, der Krankenmodus. Ja, ne? Oh, fuck. Scheiße, scheiße. Scheiße. Fuck, alter. Okay, alles da. Das ist richtig schwer, ne? Rande, scheiße. Scheiße. Boah, alter. Inste, verkackt, alter. Mann. Boah, ich krieg grad nix hin, Junge. Komm nicht mal an den Ball, weil ihr mich hierher zurückkickt. Fatscha. Nice, hat's gut. Nice, das Teil. Rande. Nein. Fuck, main. Ja, ist allah. Fuck, main? Das ist doch nicht wahr. Ich sehe ja nicht mehr die Spieler, die dafür sorgen, dass ich das verloren. Ach, scheiße. Sollen wir in ne andere Runde gehen? Ja. Ach, ich hab ne Geburtstagstorte als Dachauschatz. Oh, breit. Aha. Ahh. Ja. Das war's.